Eine Rose oder doch keine Rose? Das ist hier die Frage. Der Bachelor 2022 läuft ab Januar bei RTL. Jetzt hat der Sender verraten, wer in der neuen Staffel der erfolgreichen Datingshow in Mexiko die Qual der Wahl haben wird. Der 29 Jahre alte Dominik Stuckmann. Dominik Stuckmann ist laut RTL erfolgreicher Geschäftsmann, ehrgeiziger Sportler und nicht nur in Frankfurt am Main, sondern auch unter der Sonne Gran Canarias zu Hause. Nur eine Sache fehlt ihm noch zum absoluten Glück. Die richtige Frau an seiner Seite. Was die richtige Frau an seiner Seite angeht, hat Dominik schon eine genaue Vorstellung. Charakterlich sollte die ihm ähneln und somit sehr warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig, aber auch zielstrebig sein. Gegenüber RTL wird Dominik sogar noch konkreter. Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualter treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann. Ob sie wohl unter den Kandidatinnen von Der Bachelor 2022 sein wird? Es bleibt spannend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017